Ich muss das nur lockern. Taka, sei tapfer. Wir müssen Durst haben. Alak, Milch von meiner Lieblingsstute. Ihr letztes Geschenk an mich. Sie brach sich gestern ein Bein und ich verfütterte sie. Wir tun, was wir müssen, Fürst Sakai. Und deshalb können ihr und ich überleben. Ich bin Samurai. Ihr seid viel mehr als das. Ihr seid der Geist. Zieht euer Volk auf meine Seite und sie bekommen Frieden. Niemals dienen wir euch. Euer Onkel! Sagt er das selbst, als ich ihn bat, den Krieg zu beenden? Er wollte nicht euer Sklave sein. Auch ich schätze Familie und weiß, wie es ist, in ihrem Schatten zu leben. Warum uns in Bescheidenheit üben, wenn wir Legenden sein sollten? Er ist eine Legende. Seht! Euer Volk wird euch folgen. Kommt zu mir und rettet sie. Wie? Ihr wollt teilen und beherrschen. So wie bei Ryoso. Nicht uns. Eure Legende. Eure Legende. Schert sich nicht einmal um euch. Tötet ihn. Und ihr seid frei. Lauf dir. Zack, Yunan! Euer Freund starb. Für euch. Jetzt brauche ich einen neuen. Und ihr müsst erneut wehen. Nur noch einmal. Beifall für euch. Ich brauche mein Schwert. Ich töte alle. Alleine. Nie vergessen. Leicht! Was ist für Taka! Keine Gnade! Mit Stapio habe ich! Shit! Der Verräter! Was? Wer hat verdient den Hund? Geh! Arrêtez. Oh, hör. Jim. Yuna. Ich habe den Kahn mit Ryoso ausreiten sehen. Wo ist Taka? Ich weiß, er ist hier. Er hinterließ die Nachricht, er sei dir gefolgt. Wo ist er? Nein. Nein. Nein! Nein! Yuda, warte! Taka! Er hätte gar nicht hier sein sollen. Warum hat er nicht gehört? Nein! Oh, Gott! 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 Er wollte dich stolz machen. Er wollte sein wie der Geist. Hättest du ihn nur nicht mitgenommen! Ich wollte ihn aufhalten. Aber er wollte helfen. Mein Takah. Er ist geflucht! Wir sollten gehen. Aber nicht ohne ihn! Er ist geflucht! 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 Ich will nicht sterben. Geil! 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 Das waren alle. Die Strohhüte sind vernichtet. Ryozo ist allein. Er lebt noch. Er ist beim Kanu. Wir können hier nichts mehr tun. Ich begrabe meinen Bruder. Ich helfe dir. Ich wollte nie, dass es so kommt. Tut mir leid. Ich wollte ein gutes Leben für ihn. In Sicherheit. Es ist nicht deine Schuld. Es ist meine. Nein. Das war der Khan. Ryozo. Jeder Mongole auf dieser Insel. Ryozo. Hilf mir, sie alle zu töten. Hilf mir, Taka zu rächen. Sollte ich jetzt noch fortgehen? Wozu? Wo sollte ich hin? Und was tun? Ich bleibe hier. Und kämpfe. Geh ins Lager meines Onkels und roh dich aus. Ich komme hin. War Taka tapfer? Am Ende? Er war stets tapfer. . Und er war mit uns. Ryozo. Und er war mit uns. imeine完全. Und er war mit jungen Rats San Stefan. Das war's für heute. Oh, klar war Kagi. Hüah! Was ist das? Vielleicht enthaupte ich diesen mongolen Bastard. Oder säufe ihn. Nein, ich zünde ihn an, wie er ist Fürst Adachi im Tat. Ja, ich zünde ihn an, wie er es ist. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 Rettet mich! Jetzt seid ihr frei. Wir dachten, unser Hof wäre verloren, Fürst Sakai. Haben die Mongolen den Schlüssel für Gosakos Rüstung? Nein, ihr könnt ihn haben. Wenn mehr Mongolen kommen, gibt es nichts mehr zu holen. Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's. Ich bin hier. Oh, schau! Musik Höhe, bedauere. Ich kann euch nicht helfen. Ich brauche Informationen, keine Ausreden. Vielleicht wissen die Bauern etwas. Vielleicht. Fürst Sakai, ich sorge mich um sie. Der mongonische Kaiser.